Servus liebe Trader, die Märkte die wirken kurzfristig überverkauft. Der DAX zum Beispiel ist jetzt auch mit vier Abwärtsgaps in Folge in den Handel gekommen. Die Slow Stochastik notiert im unteren Extrembereich und auch beim Ölpreis deutet sich jetzt eine neue Aufwärtsbewegung an. Gestern erst hat Saudi-Arabien überraschend geringere Ölfördermengen der OPEC ins Spiel gebracht. Wir sehen es auch hier, zuletzt ist der Ölpreis ja zurückgekommen, vor allem aufgrund von Rezessionsängsten. Und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr rasch feststellen könnt, dass diese Branche gerade wieder anspringt und welche Breakout-Chancen sich hier anbieten. Dazu müssen wir gar nicht irgendwo hin wechseln, wir bleiben hier gleich am Trading Desk und öffnen einfach hier mit der Börsensoftware das Branchenradar. Zu finden ist das hier mit dem Menü über die drei Balken. Ich gehe einfach mit dem Cursor darüber, dann geht es auf und mit dem Branchenradar sehe ich sofort, welche Tops und Flops bei den Branchen gerade in einem bestimmten Betrachtungszeitraum zu finden sind. Ich habe hier zum Beispiel jetzt den US-Markt ausgewählt, will die Performance wissen auf Sicht der letzten fünf Tage zum Beispiel und bekomme hier je nachdem, was ich hier beim Dropdown-Feld auswähle, entweder die größten Gewinner, da sehe ich sofort Öl und Gas. Wenn ich auf der Short-Seite aktiv sein will, die größten Verlierer, auch das ist hier sofort möglich. Gaming-Aktien zum Beispiel werden gerade wieder abgestraft. Aber gerade eben Öl und Gas, wir haben sie auch diesen Montag bekommen, die Nachricht, die durchschnittlichen europäischen Gaspreise sind schon um 18% zu Spitze am Montag nach oben geschnellt. Gazprom hat ja auch angekündigt, dass am 31. August jetzt die Lieferungen über Nord Stream 1 wegen Wartungsarbeiten eingestellt werden sollen für drei Tage. Auch das schürt wieder Ängste vor der Energiekrise und sorgt hier für steigende Preise, die den Unternehmen zugutekommen. Ich habe hier zum Beispiel gleich Öl und Gas und gleich der erste Kandidat hier, Occidental Petroleum. Die sollte man jetzt wieder im Blick behalten. Was ich machen kann, ich klicke einfach mit einem Rechtsklick drauf, neuer Chart öffnen, sehe dann sofort die Aktie. Und dass sich hier auch wieder der Breakout auf neue Hochs gerade andeutet, beziehungsweise er läuft hier schon an. Und spannend ist die Aktie vor allem deswegen, weil ja der Investor Warren Buffett seinen Anteil nach und nach jetzt schon auf mittlerweile 20% erhöht hat mit Berkshire Hathaway. Jetzt gab es gerade erst am Wochenende die Nachricht, dass er die Anfrage gestellt hat, bei der Federal Regulatory Commission den Anteil auf ganze 50% erhöhen zu können. Es verdichten sich die Indizien, dass Warren Buffett hier sogar eine Übernahme planen könnte. Entsprechend sorgt das hier auch für Aufmerksamkeit. Eine attraktiv bewertete Aktie, die jetzt hier in der starken Branche mit möglicherweise einem wieder steigenden Ölpreis unterstützt, gute Chancen für Longmanöver bietet. Wenn ich wissen möchte, ja ich will da jetzt nicht einzeln die ganzen Charts durchklicken, welche Kandidaten bieten sich da vielleicht sonst noch für neue Manöver an. Dann einfach wieder ein Rechtsklick auf Occidental Petroleum zum Beispiel oder irgendeinen Branchenkandidaten. Ich kann hier die Infobox öffnen und das sind hier Morningstar Kurslisten, die abgerufen bzw. analysiert werden. Ich habe hier nochmal den Hinweis zum Sektor und der Branche der Aktie. Da muss ich nur einmal draufklicken, habe sofort die Kursliste für Öl- und Gasfirmen. Und da nochmal speziell ein Kurslistensymbol, wo ihr dann wie gewohnt zum Beispiel mit dem Scan 52 Wochen hoch in absteigender Reihenfolge sortieren könnt. Welche Kandidaten zählen denn hier zu den stärksten Aktien, zu den aktuellen Bullen, die jetzt schon wieder auf neue Hochs nach oben ziehen können. Auch da sehe ich jetzt sofort wieder die Occidental Petroleum dabei, aber noch viele andere weitere Kandidaten. Insgesamt sind da über 200 Titel auf dieser Kursliste drauf. Ja, was wird sonst noch gespielt aktuell? Auch Zulieferer von benötigtem Equipment zum Beispiel, landwirtschaftliche Unternehmen, generell aber sehr viel Öl und Gas, also wirklich brandaktuell. Wir sehen aber zum Beispiel dann auf Rang 7, dass es auch eine gute Möglichkeit ist, dieses Screening herauszufinden. Gibt es vielleicht sogar Einzelwerte, die ganze Branchen nach oben ziehen können und wir haben da zum Beispiel eine Celsius Holdings mit dabei. Die möchte ich euch auch ganz kurz nochmal zeigen. Ich habe da selbst aktuell auch eine Long Position offen und ich klicke hier jetzt einfach zum Beispiel mal wieder auf Chart öffnen. Sehe hier nämlich mit der Performance auf Sicht der letzten 5 Tage sind das jetzt, dass die Aktie um knapp 15% zulegen konnte. Ja, und innerhalb dieser Branche zum Beispiel andere Kandidaten wie Monster Beverage, die absoluten Schwergewichte bei Energy Drinks natürlich hier nur ein Minus von einem Prozent verbucht haben. Wenn ich das jetzt hier öffne, sehe ich, dass es hier zuletzt einen sehr schönen neuen Aufwärtsimpuls gegeben hat und jetzt aus einem, wie ich finde, sehr konstruktiven Setup heraus eine neue Long Chance entsteht. Wir hatten hier eine Kooperation mit PepsiCo, also dem großen Coca-Cola Konkurrenten. Man muss wissen, Celsius Holdings ist ein sehr aufstrebender, wenn nicht gar der am stärksten wachsende Getränkehersteller derzeit überhaupt an den Märkten. Hat zuletzt wieder ein Umsatzwachstum, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, von 136% verkünden können für das letzte Quartal. Also auf jeden Fall mehr als verdoppelt, deutlich mehr als verdoppelt. Und hatte jetzt zum Beispiel zur Eroberung des heimischen Marktes den USA jetzt mal eine Vertriebskooperation mit PepsiCo gestartet. PepsiCo wiederum bekommt Anteile im Wert von umgerechnet 8,5% am Unternehmen und soll künftig auch einen Beitrag leisten, um die Internationalisierung zu stützen. Celsius liefert mehr oder weniger auch Energy Drinks, vor allem für Fitnessbegeisterte. Da wirbt man damit, mit unseren Getränken könnt ihr mehr Fett verbrennen durch den angekurbelten Stoffwechsel. Der Muskelaufbau wird beim Trainieren beschleunigt und so weiter. Es wird auf klinisch erprobte natürliche Zutaten und ohne Zuckerzusatz gesetzt. Jetzt gab es eben auch wie erwähnt überzeugende Q2-Zahlen. Und um das auch zu verdeutlichen, bei Amazon zum Beispiel, wo ja auch viele Energy Drinks verkauft werden, da ist man jetzt auf Rang 2 aktuell. Red Bull hat man schon schlagen können, nur Monster Beverage ist hier noch besser positioniert. Eine Wachstumsaktie durch und durch, die jetzt hier zum Beispiel auch die Branche der Getränkehersteller im Alleingang derzeit beflügeln kann. Sonst allerdings würde ich eher bevorzugen, wie bei Öl- und Gasfirmen gerade darauf zu achten, wo ziehen die Branchen geschlossen nach oben. Dort ist der Weg des geringeren Widerstands zu finden. Dort sind die Chancen im Regelfall größer, das neue Long-Manöver auch von der Wahrscheinlichkeit her betrachtet besser funktionieren. Ja, was benötigt ihr, um dieses Screening auch durchführen zu können? Ich kann hier einfach mit dem Cursor über das TraderFox-Logo drüber gehen. Auf TraderFox Home finde ich dann nochmal unter dem Button Applikationen alle Infos zur TraderFox-Börsensoftware, die für 29 Euro im Monat erhältlich ist. Es ist hier ein weitaus größerer Umfang natürlich mit dabei. Wenn ihr euch dazu den einzelnen Tools informieren wollt, empfehle ich euch, klickt einfach auf den Reiter Entdecken. Da gibt es dann auch unter dem Reiter Anleitungen viele verschiedene Informationen, Kurzvideos, wo zum Beispiel auch Tools, die bei der TraderFox-Börsensoftware sonst noch mit dabei sind, in so 5 bis 10 Minuten langen Videos, wie auch hier jetzt nochmal ausführlicher vorgestellt werden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Screenen und dann natürlich viel Erfolg mit euren Trades. Wir beginnen. Vielen Dank.